Also ich würde Tirol, muss ich selber wissen, ich würde dir die Steiermark empfehlen. Da hast du Berg, aber nicht nur Berg, da ist alles schön grün, heißt ja die grüne Mark. Weil in Kärnten brauchst du Kiemen, das besteht ja nur aus Wasser. Ist sowas wie das österreichische Atlantis. In Tirol, da musst du schon fast pure Lungen haben, weil du bist ja fast immer über der Sauerstoffgrenze, da wachsen nicht einmal mehr Bäume, so hoch ist das. Burgenland ist wieder so flach, da kannst du passieren, dass du auf die Nacht von Löwen angreifen wirst, weil du weißt, wie die Serangette ist, wisst ihr, so eine richtige Steppe, da siehst du Elefanten und Giraffen umeinander laufen, da hat es im Sommer immer 96 Grad im Schaden. Nieder- und Oberösterreich, das eine waren wir zu Nieder, das andere waren wir zu weit oben. Und Wien ist Wien, also ich kann eigentlich nur die Steiermark empfehlen. Salzburg-Rämmer ist gar nicht davon, eine salzige Angelegenheit.